Jo yeah und willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic und ich bin heute wieder mit einem Tutorial am Start denn ich wurde in letzter Zeit häufiger gefragt woher ich denn meine ganzen Kartellmünzen habe ja es sind so einige und es gibt dafür eine eine ganz simple Erklärung nämlich die einzig wahre und beste Möglichkeit die es in SW vorgibt ist es den Freundesling zu teilen mit dem Freundesling kriegt ihr einmal 500 Kartellmünzen und dann für jeden weiteren Monat den die Person abonniert weitere 100 und wenn sich das echt auf eine lange Zeit rauszieht dann ist das echt eine Menge vor allem diese 500 Kartellmünzen sind am Anfang echt eine Menge und das ist eben die einzig wahre und beste Möglichkeit um Kartellmünzen zu kriegen ich bin hier mal gerne runter das ist hier wir haben was genau wenn jemand drauf klickt kriegt man 500 und für jeden weiteren Monat 100 so also ihr loggt euch in SW auf der Website ein ihr könnt auf diesen Link hier gehen User Refer und dann habt ihr hier den Link wenn ihr kein Abonnent seid dann könnt ihr meinen Freundeslink gerne nehmen und Abonnent sein ich meine man kann es dann noch nicht machen aber wenn man dann abonniert dann kann man es machen dann kann man den Link teilen und Spaß mit Kartellmünzen haben das war eigentlich was ich kurz dazu sagen wollte zwei Minuten und ja ganz wichtig Freunde oder Spieler die noch nie die einen ähm Freundeslink genommen hat oder die ihren Account gerade erstellt haben die können den Link nehmen und Abonnenten die seit 90 Tagen nicht mehr Abonnent waren also Leute mit bevorzugtem Status die vor 90 Tagen oder länger ähm ihr Abonnement hatten das war es meinerseits ich hoffe ich konnte euch damit helfen und dann hoffentlich sehen wir uns auch im nächsten Part und ihr könnt ja gerne mal schreiben wie ihr eure Kartellmünzen macht und wenn ihr gerne ein Video sehen wollt mit allen Möglichkeiten dann sind sie hier rechts oben verlinkt oder auch am Ende des Videos da habe ich nochmal ein kleines Video vor einer längeren Zeit gemacht wo ich gezeigt habe wie man Kartellmünzen generell farmt oder kriegt und das wärs meinerseits kommentiert abonniert und wir sehen uns im nächsten Part Oh auf